Die Antwort ist nein. Am Tag 1 nach der Operation können Sie sehr wohl noch verschwommen sehen, weil die Hornhaut kann geschwollen sein, es kann sein, Sie haben schon etwas trockenes Auge und all dieses beeinflusst die Sehstärke. Es muss zuerst eine gewisse Zeit vergehen, bis die Stabilität erreicht ist und erst beim Erreichen der Stabilität beurteilen wir das Endergebnis. Vielen Dank.